So, willkommen zurück. Ja, die schiebe ich noch ein bisschen hinten raus. Hier fehlt ein Schild, das können wir noch nicht erreichen. Im verbotenen Wald waren wir jetzt noch nicht so viel unterwegs, aber... Ich sag mal so... Irgendwie hat der mir nicht so gefallen als Gegend. Gut, irgendwann werden wir da reingehen. Ähm, Karten hatten wir, glaube ich, soweit gekauft. Ja, er hat kein Geld mehr, um weitere sich anzuschaffen. Also, gehen wir noch mal hier rein. Auch wenn diese R-Klinge mir nichts zusagen. Wer hat denn jetzt immer noch... Mist. Nein, da muss ich noch mal gucken. Wer braucht jetzt am ehesten Geld? Mit wem spielen wir? Satz 1, 2, 3. 200 Bohnen und 275 Bohnen. Und Ronald... ...hat nur eine Karte offen im vierten Satz. Gut, dann werden wir jetzt wohl mal mit Harrylein spielen. Und das da. Damit wir ihn mal ein bisschen hochpushen. Oh mein Gott, ich freue mich überhaupt nicht auf den. Ähm, was haben wir hier? Ja, Magicus Extremus wirkt länger. Harrys Flug teilt sich. Okay. Alle Karten werden in Flugkarten verwandelt. Und nochmal, Magicus Extremus wirkt länger. Das heißt, der Balken wird verlängert. Soweit ich das... Mal von mir aus. So, was hast du? Kraftleiste. Springen von Ziel zu Ziel. Na, das klingt doch mal interessant. Okay, wir sind hier. Müssen... Oder mussten... Ah, jetzt ist der Weg offen. Und da hinten ist schon ein Schild. Gut. Ich wüsste aber gern, ob auch in dem Badezimmer an sich was ist. Wo kommen hier diese... R-Klinge oder wie sie heißen? Na komm schon, Junge. Na... Kommen wir einfach so ins... Badezimmer ohne Probleme? Hahaha. Oder mit wenig Problemen, sagen wir es mal so. Der spät Feuer weg hier. Harryline würdest du... Danke. Wow. Okay, erstmal... Kümmern wir uns um die Bohnen. Ronald, du machst mich gerade richtig schwach. So, und... Komm, platz, du kleines Häschen. Platze! Hasi! Na endlich! Hey! Da drüben! Bohnen! Ja, Ronald. Ich mag diese Bohnen sehr! Wäre mir jetzt nicht... Oh je! Kannst du endlich mal mit deinen Bohnen aufhören, Ron? ... aufgefallen. Hilf uns hier mal, Ron! Alles klar! Da kommen keine Bohnen raus! Nein, das nicht! Wir wollen das hier ziehen! Komm schon! Bevor wir auf diese... ...unbekannten Pfade nach da hinten gehen! Komm schon! Möchte ich nochmal ins Badezimmer an sich gucken! So... Ist irgendwer angeschlagen? Kaum. Die Dinger sprühen auch nix. Aber jetzt hier. Und wir sind hier sogar falsch. Okay, dann können wir ja wieder gehen. Dann müssen wir ja nicht... Da hinten müssen wir lang. Okay. Mann, 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 Mann. Da kommen wir nicht hoch. Tja, wo lang? Ganz außenrum, wie es aussieht. Und dann habe ich aber wieder Angst vor diesen Erklingen. Können wir da einfach weglaufen vor denen? Oder wir gucken doch erst mal hinter. Aber ich dachte halt... ... das irgendwo im Badezimmer auch noch was sein könnte, sofern man das noch betreten kann. Der Raum hat bisher noch nicht so viel getan. Gut. Das Ding noch. Wie viele Bohnen brauchen wir jetzt eigentlich? Ich mag diese Bohnen sehr. Ich mag diese Bohnen sehr. Halt einfach den Rand. Nun gut, dann gucken wir jetzt doch erstmal hier lang. Ah nein, hier ist noch so ein Fisch. Wir müssen ja Bohnen sammeln. Was ich doch ein bisschen albern finde. Vor allem, dass das so zu laufen hat. Bohnen. So, was war das jetzt für ein Turm? Es kommt nichts Neues raus, also gehen wir weiter. Hier entlang bitte. Und... Ja, das sind Schilde. Aber an die kommen wir nicht ran. Und da sind wieder diese komischen Knubbel, die aus dem Wasser ragen. Ich denke... Wow. Lasst das. Ja, würdet ihr den mal angreifen? Sehr brillant. So, da ist noch einer, Leute. Da ist noch einer. Würdet ihr mal... Ähm, Harry... Jetzt greift dieses Vieh an. So. Würdet ihr bitte... Danke. Ja doch, Hermine. Ja doch. Wir brauchen ja noch fast 500 für Harrylein. Kommt nichts weiter raus. Das ist erschöpft. Es sind viele Schilde, wo man übers Wasser muss. Wann kriegen wir diesen Zauber, den wir dafür benötigen? Vielleicht in Kräuterkunde, weil das werden ja irgendwelche Pflanzen sein. Da unten ist auch ein Schild. Gut. Und da hinten stand ein Kessel. Ich glaube aber nicht, dass wir hier einfach die Mauer durchbrechen können, um da runter zu kommen. Oder... Oh, ich hasse diese Biester. So, folgt es uns? Natürlich. Komm schon, Harrylein. Mach sie alle. Ausgezeichnet. Und hol dir die Bohnen zurück, die sie dir geklaut haben. Kommt da noch mal welche raus? Nein. So ein Mist. Diese Biester mag ich absolut nicht. Habe ich das schon erwähnt? Ich brauche eure Hilfe. Alles klar. Ja, packt doch mal mit an. Richtig. Also meiner Meinung nach... Die Dinger muss man auch anzaubern, glaube ich. Aktion. Eins von fünf. Oh Gott, Feuer. Ähm, bevor da ein Tier rausspringt, versuchen wir es mal zu löschen. Genau. Ist noch gar kein Salamander rausgekommen. So, dann hätten wir hier einen Kessel. Wir brauchen ja auch noch die Schildteile. Ich weiß nicht, wie viele wir hier schon hatten. Aber... Sechs von zehn. Ronald. Gehen wir nicht auf den Senkel. Sowas Bohnengeiles. Und ist hier auch ein Schildteil? Ja. Sehr cool. Gut. Den Hahn hier können wir drehen. Moment, den da... Ich weiß nicht wohin. Vermutlich in die Richtung. Harry. Du bist doch auch nicht alleine. Nur zieht der andere in die andere Richtung. Hermine sagt okay und Ronald packt mit an. So muss das doch sein. Sie trägt die Verantwortung. Sie hat natürlich die wichtigste Aufgabe. Nein, du sollst den kleinen... Drei von fünf. Ich weiß noch nicht, was das für Belohnungen sind, die wir da kriegen. Äh, da gehen wir mal nicht lang, würde ich sagen. Versuchen wir erstmal diesen Weg. Na kommt. Sehr gut. Und nochmal. Ich frage mich... Was ist das hier unten? Und wenn das wirklich nur irgendwas für die Badezimmer ist... Wie will der Hausmeister das warten, wenn man so viel Magie einsetzen muss? Oh. Aus Versehen eingesammelt. Neuer Level verfügbar. Sehr gut. Da gehen wir doch sofort mal rein. Und hoffen, dass wir da diesen neuen Zauber lernen, den wir brauchen. Ja. Und natürlich die Karten aufrüsten. Ganz wichtig. Entschwindekarte. Wo kriegt man die denn her? Ja. Ja. Vergesst es Leute. Ich will es gar nicht wissen. Ja. Können wir bitte... Ich will gar nicht drüber nachdenken, was man woher kriegt. Dafür ist mir das Spiel zu... Nun ja. Ich habe es oft genug betont. Ähm. Ja. Der Komplettheithalber. Das sind nicht die Sammelkarten, die wir kennen. Hermine. Können wir dir noch was kaufen? 517 Bohnen. Sie ist bestimmt komplett ausgerüstet. Natürlich. Wie es sich für die kluge Hermine gehört. Und Ronald 84 Bohnen. Da kommen wir nicht weiter. So. Kräuterkunde. Da. Oder setze ich hier einen Schnitt? Aber ich glaube, das ist noch nicht die richtige Partlänge. Also... Noch 4 Schilde zum Betreten des nächsten Gebietes. Jetzt sagt er das an. Das ist doch schön. Gehen wir erstmal in Kräuterkunde. Und dann können wir vielleicht von hinten die Sache wieder aufrollen. So. Ronald hat die teurere Karte, glaube ich. Ne? Noch ausstehen. Und wir kriegen ja wieder neue, wenn wir das jetzt abschließen. Also... Ähm... Magicus Extremus. Gibt es das, wo der schon ein bisschen aufgeladen ist? Wirkt länger. 10. Nein. Was hast du hier? Fluch teilt sich. Zwei Flüche gleichzeitig. Das gefällt mir. Ach, das kann er nicht nehmen, wegen der da hinten. Oder wie war das? Die hier. Höre ich's flugteils? Ich kann nicht mit einer anderen Flugkarte ausgerüstet werden. Kraftleiste. Keine Flugkarte. Ja. Ja, keine Ahnung. Dann behalb das so. Ähm... Herr Mienchen, hast du auch sowas? Flüche werden mächtiger. Aha. Okay. Magicus Extremus. Zweimal. Weiß ich nicht, ob das... Du hast das sicher auch noch was für... Das da. Dass wir schon ein bisschen Magicus Extremus haben. Kraftleiste und springende Flüche. Na meinetwegen. Ich hoffe, die nächste Aufgabe ist nicht Zeit gefunden. Oh. Wenigstens kein Gewitter mehr. Dann drückt mir mal die Daumen. Ähm... Dann müssen wir doch immer mehr in den Pöppen. Ja. Sehr gut. Komm. Ach, das ist voll die springenden Flüche. Na von mir aus. Netter kleiner Licht-Effekt. Ich möchte ja nur die Böhnchen. 375 brauchen wir erstmal für... Hey! Da drüben! Wohnen! Ja, du Blitzlehrer. Komm. Ähm... Sind da noch mehr drin? Natürlich sind da noch mehr drin. Wo ist das dann bald mal? Ja. Leer. Es prallt zumindest ab. Ohne... Wieso liegt hier schon Heilung? Wow. Das Gewächshaus sieht gut aus. Gibt's da mehr als... Na bestimmt gibt's da wieder mehr Kochen als die eine. Und die Musik ist schön. Ah, könnt ihr mal gucken. Der prallende Fluch hat den Drachen getroffen. Oh, eine Bohne! Wie viele Bohnen habt ihr? Oh je. Kannst du endlich mal mit deinen Bohnen aufhören, Ron? Ja, Hermine möchte dir nicht sagen, wie viele Bohnen sie schon hat. Sonst bist du nur deprimiert. Irgendwas da drüben trifft der Fluch immer noch mit. Habe ich das Gefühl. Wenn der hin und her springt. 375 brauchen wir erstmal... Hierfür. Gut, das war's scheinbar. Mensch. Ach, das sind diese Giftfilze. Ja, ich hab's kapiert. Diese Dornendinger sind wahrscheinlich auch nicht so... Ja, Ronald. So gesund für uns. Gut. Würdet ihr mit anpacken? Sehr schön. Denn wir sollen im Gewächshaus suchen. Und ich denke, dafür müssen wir hier mal den Weg freiräumen. Nein, den kleinen bitte noch. Obwohl, den brauchen wir gar nicht wegräumen, oder? So, das Fröschlein nehmen wir mit. Welcher Idiot hat den jetzt wieder an den Weg gerollt? Habt ihr sie noch alle? Ich will aber trotzdem nochmal hier gucken. Ob noch irgendwas... Wo? Ja, doch. Können wir das Ding anzaubern? Oder irgendwie... Hui! Bohnen! Bohnen! Sammelt die Bohnen! Ja, ähm... Harry war das jetzt vermutlich. Ähm... Ähm... So... Kommt die Grüne da hinten auch noch? Nein. Aus dem Topf kommen die... Okay. Und hier hinten kommen auch noch welche raus. Gut. Ein bisschen Heilung. Hier ist noch ein Steinchen. Oh, da kommen wir auch so vorbei. Diese Dinger... Wow. Diese Dinger können wir noch nicht irgendwie anzaubern. Okay. Die werden uns aber wehtun. Ganz bestimmt. Aber wir sollen doch ins Gewächshaus. Ich meine, wir können uns jetzt hier umgucken. Klar, aber... Dianthuskraut im Gewächshaus. Ach, das Ding wieder. Das kriegen wir nicht zu uns wegen der Pilze. Nein. Also würde ich aber doch erstmal hier hoch gucken. Ach nein, das geht gar nicht. Na dann. Sorry Leute. Dass ich hier ziemlich planlos hin und her renne.